Musik 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 Jo 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 was g'scheit, was geht oder geht's weiter In Geershoff 4 3 im Horde-Modus Mit dabei, der geilste Battle Bander Hab'n Ehre Schäßhachaut's aus Weil es muss richtig auch her. Da geht's richtig ab, Friend. Richtig ab. Das war wieder heftig, Friend. Okay, Friend. Ich brauch bald Hilfe. Bis es so weiter geht. Der Dicke, ne? Ja. Ich lache. Nur noch einer, ob? Das war's, oder? Noch einer. Trinkt nur noch einer. Jetzt sind schon zwei tot. Wow, wow, wow. Die Gaune geht in dem Video gleich wieder richtig gut weiter, Herr McCurt. Richtig, Panda. Ja, so schaut's aus. Ja, Mensch, Panda hier. Äh, Welle 30. Wie schaut das da aus? Mensch, hier. Mensch, hier, der Eifer. Mensch, hier, der. Die, äh, Deli. Oh, wow, Friend. Jetzt kommt wieder die Babelsergerin. 100-prozentig. Oh, wow. Jetzt geht's wieder ab. Jetzt geht's wieder übel. Übel, übel, Friend, übel. Es wird einfach übel. Und ich hab schon wieder kackett. Wahnsinn. Übel, heftig und kackett. Und kackett, ja. Ja. Wow. Wir haben irgendwas dickes, Friend. Ja, das ist was richtig Böses. Und der Turm ist auch kaputt, jawohl. Hey, es ist halt alle kaputt, ist ja nicht euer Ernst. Ich bin auch da, aber ich brauch den Weg. Ja, ja. Ich glaub, ich steppe hoch. Ja. Nicht Bayern, Idiot. Wenn wir den Scheiß aufmachen. Warte, Friend. Ja. Jetzt hat, jetzt hat. Alles gut. Aufstehen. Köln, Köln. Es gibt's da nicht. Ich bin wieder am Boden. Los geht's, Baby. Du musst da denn weiter hinter, Friend. Auf jeden Fall. Ja, das hab ich jetzt. Die zerstören alles, ne? Ja. Wow, 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 Friend. Es geht einfach nur ab. Wow, Friend, wir haben hier was Dickes. Was ganz Dickes. Ja. Ah, ist doch das. Auf der linken Seite bei mir. Wow, 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 Friend. Friend, es wird bitter. Friend, du bist ja wieder viel zu weit in den Unterkram, oder? Kann der sein? Ja, ich hab da... Dachel, der ist eigentlich... Na? Ist eigentlich die Regel auch, Friend. Deswegen wollte ich halt von Namen versuchen, aber... Ja. Dachel, der ist nicht! Achtung! Reicht, ich bin noch genauer. Wow, das war heftig. Zerrissen hat's den. Übels zerlegt. Aber die haben alles kaputt gemacht, Friend. Wow. Das war heftig, Friend. Jetzt will ich gerade meinen Kopf verletzen. In das Maschinele. In das Maschinele. Ja, Friend. Ja. Alles wieder auch reparieren, Friend, hab ich gehört. Ah. Wie ein Boss, Friend. Wie ein Boss. Zeit zum Bauen. Silberwerk ist repariert. Schau mal hier, dein Geschütz. Wieso kann ich das nicht reparieren, Friend? Ich schau grad. Hä? Oh. 2750. Na toll. So viel hab ich denn da mal. Ja, auch ne 2750. War noch ne Zeit. Hä? Ja, jetzt auf einmal doch. Ja, geht's? Ja. Ja, dann reparier's, reparier's, gell? Oh, Friend. Aber ich bin schon wieder leer. Bestes da auch nix. Ich kann's dann auch reparieren. Die Zeit ist um, sie kommen! Goldfriend, Goldfriend. Goldfriend, Goldfriend. Na, jetzt hat's denn schon wieder zerlegt. Komm schon! Alles klar, alles klar. Warum sind denn da noch so viele? Da hat's grad voll an Zermatsch, hast du das gesehen? Ja. Wechselt! Nein, ich lieg schon am Boden. Friend. Wo bist denn du? Wo bist du? Ich lieg schon am Boden, ey. Ich bin ja da, wo ich grad war, Friend. Ach, du bist das da hinten. Ja, ja. Wegkrammelt, das Ding. Jetzt müsste ich ja die Anja haben, ne? Weil ich jetzt bin ja 44 oder 45, wie war das? Was macht dein Schutz, Friend? Mit jeden Tag. Ich muss erst mal wieder da... Erst mal wieder da hin gehen. Ja, 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 klar, klar. Aber ich hab schon wieder verkehlt mehr. Oh, wow. Einmal aufgefüttelt und schon wieder verkehlt. Ja, aber dein Schutz ist soweit, äh, Fatsch? Ist es wieder Fatsch? Ja, schau, da können noch was rein. Und? So, jetzt hat... Jetzt ist es wieder krammelt. Ja, ich hab da irgendwas reinbomt, Friend. Jetzt ist es krammelt. Jetzt ist es krammelt. Lärp, rauf! Du stehst mir im Weg! Ohne! Also, ich muss sagen, also, äh, hier, Stadium ist auch nicht schlecht, oder? Das Stadium ist auch nicht schlecht zu zocken. Ja. Was g'scheit, was g'scheit da bloß, hä? Frohnen! Frohnen! Ey, das eine Geschütze ist ja noch randvoll, ne? Und keiner benutzt das von uns. Meins hier ist noch voll. Oh. Sauber! Gerbert! In derer Hütten, Friend. Ich bin sogar öchter. Sauber! Das läuft, wenn's läuft, läuft, Friend. Was willst du machen? Ähm... Das muss laufen. Das muss laufen. Mach dein Geschütz bitte voll, gell? Komm, repariert! Hast du gehört? Ich bin der Leerberg. Einmal aufklicken. Ja, ja, ich bin der Leerberg. Äh, aber wie gesagt, mach dein Geschütz voll, ne? Für die Welle 33. Die freiwillige 33er Welle nenne ich das jetzt einmal liebevoll. Wie findest du denn das? Das ist Skull. Möchtest du vielleicht einen Grüßen, Panda? Einen Kumpel vielleicht zufällig? Wenn wir schon dabei sind. Äh, na. Nein. Alles klärchen, Friend. Also ich sag dir, diese Zecken, was da mal rummarschieren, die langweilen mich schon extrem, ne? Ja. Wow, wow, wow. Das gibt's doch nicht. Friend, wo bist du? Ja, ja, ich komm schon. Krabbel da ein wenig hoch, wenn's geht. Dann durft man einen Quallen damit. Wenn's da ein wenig hochkrabbelst, dann durft man einen Quallen damit. Ja. Turm nicht bereit. Jetzt schau wir doch. Ja. Ich find das schon da. Noch ein wenig mal. Ach, sorry. Ich hab ja auf einen Kollegen geschossen. Ich hab's ganz zerrissen. Wolle ich die Idee. Scheiße. Wow. 45, dann hab ich die Hanja in Naturell, Friend. Sauber. Was g'scheit mit deinem G'schütz, Friend? Ja, jetzt muss ich erst mal wieder... Na, da bin ich doch okay. Ist wieder da, ja? Jetzt, äh... Jetzt hör halt auf. Was denn? Ich hab kein Geld. Gar nix. Ich auch nicht mit 1900, nix. Wir haben kein Geschütz jetzt für die nächste, wilde, Friend. Das wird hart. Die nix. Hä, aber... Ja. Na, drei Schuss. Drei Schuss. Allgemein, in deiner Waffe auch. Äh, dann schieß... Dann schieß mit der Pappkarn. Bei dem... Bei dem Geschütz, Friend, hab ich nur drei Schuss. Okay. Ja, das macht ja nix. Dann schieß mit deiner normalen Waffe. Dann komm ein wenig her zu mir. Warte mal, was ist denn das, doch? Ja, das können wir ja dann mal... ...rufen. Wow, 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 Friend, da geht's wieder ab. Aber richtig heftig. Ich sag dir, die Zecken, ne? Das sind die wahren Gegner, Friend. Ja. Die Leften. Friend, wo bist du überhaupt? Ich bin doch bei der... Bei der... Okay. Bei der... Wie heißt die da? Ja, ja, ja. Bei der... Humble oder irgendwie so. Humble? Ja. Wow, 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 wow. Ich lieg, Friend. Ich lieg, absolut. Ich brauch jetzt unbedingt Hilfe, Friend. Ich komm mal ein Stück hoch zu dir, aber du musst nur noch ein wenig helfen, ne? Ich schau grad, wo... Ich bin da unten. Ich bin... Ich bin weg. Ich bin weg. Die haben mich... Die haben mich zerrissen. Friend, die haben mich zerrissen. Jetzt frau ich, HHHH mit. Wenn hättige Hilfe. Du bist wieder fit. Dankeschön. Oh nein. Der Friend hat sie verladen? Ja, war voll. Noch fünf. Ey, der ist ja grad einer an dir vorbeigelaufen, ne? Den hast du nicht, Friend. Aber volle, volle. Ach, er hat noch keinen Mund. Nein, das ist nix. Drei Stück noch. Kein Geld. Dein Geld siehst du immer links oben, ne? Wo Horde, Punkte stehen und sowas. Da siehst du das. Boah, da ist ein Sniper hinter dir irgendwo. Das ist deiner. Ah. Hat's eigentlich jetzt erlegt in der... In der... In der Welle. Boah, aber volle... Aber volle Kanne hat's... Die Leiter... In der Welle. Mit der Welle. Du bist... Die Luft ist rein. Ja, ich kann mir nix... Nix kaufen, Friend. Nix. Ach, super. Verstanden. Der Friend kann sich nix kaufen. Wie schaut's bei mir aus? Ah, ne Gott, besser, oder? Was ist denn? Links oben steht dein Geld. 200. Ne Gott, ne Gott. Ne Gott, ne Gott. Sauber. Ja. Der Friend ist im Gerätskirchen. Locker. Der war eigentlich hier wegkramt. Der war nicht zerstört. Da oben ist es. Locker, Friend. Aber wie viel geht's vertragen, Friend? Das ist der Wahnsinn. Hinten doch. Hinten doch. Nein, Friend. Hilfe, ich bin bei dir. Du musst mal helfen. Ich mach dich still. Passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Alles safe. Scheiße, ja. Hallo. Hallo. Ey, das ist zwar ganz schön übel, ne? Ja. Ja. Ja, ich bin froh. Wer ist, wer ist, wer ist, wer ist, wer ist, wer ist, wer ist. Ja, er ist ein neun im Gesicht, Friend. Kommt schon. Aufstehen. Nur noch eine. Wow, das war knapp. Sauber. Boah. Ist der Krieg denn nicht endlich vorbei irgendwann einmal? Jetzt auch einmal. Das musst du doch wissen. was macht da oben ich kann es mir immer noch nicht leisten glaube ich habe 1600 geht nix mit 1600 ich sage jetzt wie bei die aussie 1000 4 habe ich 1000 4 nix nix gett doch zum mäuse making ist doch das locker freund locker ja gut dann bleiben wir jetzt noch ein wenig hier oben fänden muss aber herkommen ich habe da wieder schöne was denn ein mörser oder ja das komische ding dort 200 schuss ja gut wenn es red ich werde hier richtig heftig gedurtscht halt da wow wo am boden du musst du mir reinkommen bitte komm zu mir hier rein ich brauch deine Hilfe ganz zerrissen komplett zerrissen heftig 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 der Humble der haut ganz schön rein der Humble so jetzt kriegst du dein Geschütz wieder du brauchst es wo bist du Geschütz ist ein Mann Geschütz ist ein Mann Geschütz ist ein Mann was irgendwie spinnt jetzt grad mein Controller oder keine Ahnung ich komm nicht weiter warum was machst du ja du hängst du hängst da fest du hängst da fest ich komm nicht weg ich komm nicht weg ok dann war da kurzer aber das ist jetzt natürlich schon wieder scheiße ja war zeitgeschwindel schießen kannst du schießen ich kann nichts machen auch nicht schießen nein äh ist natürlich ein wenig mies ne ah ja warte ein wenig es wird schon wieder ja aber die vertragen auch echt viel ne das ist der Wahnsinn ey ja in die Goschen Kaut verstehst du das Freund ja aber dass du nicht einmal schießen kannst ne das ist echt ein wenig Kacke passt doch auf der rappelt der voll siehst du was siehst du was okay komm schon noch noch vier noch drei passt doch auf noch zwei sehr gut sehr gut noch einer so der friend was ist da bei dir jetzt los ja kolonel hoffmann mit level 50 kriegt man den okay schau mal her was ich da für dich hab wie schaut's da aus kannst du dich bewegen immer noch immer noch was machen wir da jetzt am besten die Säge bringt nix naja ich hab dich fast weg friend weil du hängst ja bloß in dem Draht drin wir müssen dich da eigentlich erschießen lassen schau so was darf einfach doch nicht passieren weißt das ist jedes mal dasselbe jetzt kannst wegrabbeln oder jetzt krabbelst zu dem davor ich bin zerlegt mich hat's zerrissen total mich auch zerrissen zerrissen mich auch friend mich auch los geht's Mist 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 das schaffen wir wahrscheinlich nicht immer schauen wir mal drin komm schon wie sie da hochmarschieren oder hörst du ja dass der rechts einer vor dem steht ist jeder nicht oder hört dann mich an señ mal Individual auf d Schau, der Lahnkanade lang. Menschlinge, Erdlinge, Erdschleicher. Da müsste man ja wieder da sein, jawohl. Ja, ich habe 740 Dollar. Sauber, gell? Hier drüben, bei mir ist auch noch ein Geschütz, gell? Friend. Ja, und auf der anderen Seite ist auch ein Geschütz. Also notfalls kannst du mit dem abgehen, aber mach das erstmal nett, Friend. Weil wir dürfen die erst gar nicht so weit hochlassen. Erstmal ein wenig weiter vorne. Du meinst dann davor? Ja, 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 genau. Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Schnapp sie dir. Nicht gut. Ach, Mann. Merci. Alles klärchen, Friends. Wow, wow, wieso bin ich da eins nach vorne? Ich bin weg. Schon wieder. Total zerrissen, Friend. Total zerrissen. Den Master Ben auch, ja? Ich bin ja noch am rumlosen hier. Okay. Ne, das schafft er nicht. Bin ich jetzt wieder eins? Das schafft er nicht alleine. Der hilft ja nicht einmal. Ich hab's erlebt. Ach so. Ja, der ist alleine. Das schafft er nicht. Schau, der schafft er nicht. Weggseg. Weggseg. Ja, schau. Den hat's zerrissen, ja. Also, Freunde, damit hören wir jetzt wieder auf mit der Gaudi. Möchte, dass die Gears auch vor drei spielen? Ah, ne, ich möchte jetzt gerade Gears auch vor. Auf jeden Fall, die Gaudi war fett, die Gaudi haben wir auch. Welle 38, Welle 39 sind wir kommen. Ich glaube, sicher besser als in den Wellendinger davor, ne? Oder? Ja. Es war jetzt, glaube ich, das Beste von allen, was man gemacht hat. Ja, finde ich auch. Ja, gut, dann hätte ich gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Hey, Leute, haut rein. Ehre Abfahrt. So, wir sind weg, Freund.